Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Weg eines Noobs. Wir sind mal wieder im Rush und wir befinden uns auf dem Grand Bazar. Und wir sind die Verteidiger. Mal wieder. Irgendwie steige ich immer als Verteidiger ein. Oh, zumindest in die erste Runde. Macht Sinn. Und wieder einmal scheinen meine Leute es nicht hinzubekommen. Ja, nein, sie bekommen es nicht hin zu entschärfen. Aber ist ja kein Problem. Es ist ja, ich bin es ja gewohnt. Ich war, das ist eigentlich schon die letzte, das ist schon die letzte Etappe. Ja, dann hören wir gleich schon auf mit der Runde hier. War eine schöne Aufnahme, hat Spaß gemacht. War ein absoluter Traum. Genau, richtig. So möchte ich das. Das ist schön. Das macht Spaß. Das ist einfach geil. Davon werde ich schon echt ein bisschen heiß. Muss ich ehrlich zugeben, vor allem auch von dieser Statistik, die jetzt aufleuchten wird. Zwei Tode, null Kills. Irgendwie eine Minute gespielt. Schön. Echt schön. Dann starten wir direkt mal in die Rückrunde, würde ich sagen. Machen wir einfach mal Mr. Brown. Da steigen wir einfach mal mit ein. Hier so. Schön auf den Briefumschlägen. Würde ich sagen, sind das... Nee, kleine Pakete, wa? Wer weiß es schon. So, mal gucken, ob wir als Angreifer ein bisschen besser sind. Am Berg hat das ja nicht so richtig funktioniert. Mal gucken, ob es hier auf dem Grand Bazar, in dem Auf, in, am, wie auch immer, besser funktioniert. Guter Einstieg. Da ist ja noch jemand. Wieso sind denn... Das ist auch gut so, mein Freund. Meine Fresse, ey. Oh, leck mich! So, hängst du hier irgendwo rum, wo ich... Ja. Ja, genau, das meine ich. Wo ich schnell abgefarmt werden kann. Ja, tust du. Wer hätte es gedacht. Vielen Dank, ja. Echt cool. Und, Mr. Brown, wie sieht es bei dir aus? Ich teste da mal was. Weg da! Da feste dir an den Kopf, sag ich. Oh, nachladen. So. Das ist mir jetzt scheißegal hier alles. So. Hör auf. C4 Sprengstoff Das ist keine Ahnung Jungs Ist doch nicht euer Ernst Nein Warum Wieso schießt du nicht erstmal die da vorne ab Selbst hinten die nicht als Kugel Fangen ab Wehrmaßnahmen Vorrichtung Aua Das ist doch echt zum Kotzen Mann Jetzt hocken sie schon wieder hier ganz hinten rum Das ist doch noch nicht möglich Hast du ein Medikit hier? Ne hast du nicht Schade Summer Der hält sein Hier ne Sein Fernglas hätte ich fast gesagt Hält er schön an die Stirn Ja Und trifft trotzdem alles Boah die hängen da zu dritt Das ist Ja Also ich wage mich mal jetzt hier Mit dieser Mit der Aussage Äh Vor Indem ich Sage Wir verlieren Was soll das? Ach Leute Hört auf Mann Mensch Wir haben ja schon verloren Was ist denn da los? Das ist ja total Also Boah Ungewöhnlich Das ist echt ungewöhnlich Mensch Überraschung Wahnsinn Wahnsinn Avenger Medal Na toll Was bringt's? Nix Naja Man ist eben immer nur so gut Wie sein Team Ne Ha 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 motherfucker Vielen Dank.